DJ Ötzi, eindeutige Worte über Florian Silbereisen, er ist DJ Ötzi, der mit bürgerlichem Namen Gerhard Geri Friedle heißt steht seit über 25 Jahren auf der Bühne. Er ist eine lebende Legende. Noch nie gab es eine Konzertreihe wie die, die DJ Ötzi für das Jahresende plant. Am 8. November 2024 wird der sympathische Österreicher das erste Konzert seiner Mountain Mania Tour in Köln geben. Allerdings wird es tatsächlich mehr als nur ein Konzert sein. Gemeinsam mit Kollegen wie Mickey Kraus und Florian Silbereisen möchte Friedle Apreschiefeling ins Flachland bringen. Eine Show, die sich wie ein Kurzurlaub in den Bergen anfühlt. Apropos Urlaub, Florian genießt gemeinsamen Apreschi, aber geht DJ Ötzi tatsächlich auf eine Kreuzfahrt mit seinem besten Freund? Schaut DJ Ötzi lieber Dreamboot im Fernsehen? Unwirklich. Wie DJ Ötzi im Interview mit dieser Redaktion verriet Ich sagte zu ihm, du solltest es dir im Fernsehen ansehen. LOL Wenn du irgendwo ein Traumboot hast, lass uns darüber reden, sagt der Sänger, der sich eher für Berge interessiert. Doch es ist nicht die Schuld des Kapitäns, dass DJ Ötzi seinem Traumschiff fernbleiben will. Er ist wie ein Bruder für mich, sagt Friedle über seinen besten Freund Florian Silbereisen. Er fügte hinzu, man sieht ihn als Moderator, man sieht ihn als Schauspieler, aber ich sehe ihn als einen sehr coolen Kerl. Er ist sehr gewachsen. Es geht nicht nur um einen Anzug, LOL. Er nutzte die ihm gebotenen Möglichkeiten. Und er ist einfach ein vertrauenswürdiger Freund an meiner Seite. Plusplus DJ Ötzi, endlich ist das Geheimnis hinter seinem Hut gelüftet. Plusplus was für schöne Worte. Kein Wunder also, dass DJ Ötzi und Florian Silbereisen als Trio mit freundlichen Grüßen auf der Bühne stehen. Unterstützt vom mallorquinischen Troubadour Mickey Krause. August, noch einmal. Vielleicht machen wir es am Samstag, 8. Juni 2024. Als nächstes sehen Sie alle drei beim Kitzbücheler Schlagerboom Open Air. Die ARD überträgt die Megashow ab 20.15 Uhr live.